Das Web ist dein Zuhause? Browser, Onlinebanking und Facebook sind ein fester Bestandteil deines Alltags? Du kennst die gängigen Dienste schon lange, wolltest aber schon immer mal wissen, was dahinter steckt? Dann bist du hier genau richtig! Erkenne die Zusammenhänge zwischen Technik, Soziologie und Ökonomie im Internet und lerne, warum manche Webdienste erfolgreich sind und wie sie es mit deiner Hilfe langfristig bleiben. Betrachte und untersuche Anwendungen und Phänomene im Web. Verstehe und erforsche wissenschaftlich die Zusammenhänge zwischen Innovation und Fortschritt und wirke so aktiv beim Wachstum des Web mit. Erarbeite erfolgreich Social-Media-Kampagnen und lerne, wie Ärger zu vermeiden ist. Erkenne, wie durch soziale Kommunikationsplattformen die Welt verändert werden kann und mehr zusammenwächst. Du möchtest wissen, wie man Webdienste zu erfolgreichen und profitablen Unternehmen ausbaut und sie dabei langfristig begleiten und beraten? Du willst hoch hinaus nationale und internationale Kontakte knüpfen und deinen Horizont erweitern? Dann bewirb dich jetzt und studiere den interdisziplinären und internationalen Masterstudiengang Web Science an der Universität Koblenz-Landau. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020